Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klärmbausteinbaus und zwar heute mal wieder zu einem Set aus China, wie ihr es jetzt schon hier seht den Polybag habe ich schon mal vorher entfernt, da sah echt nicht mehr schön aus nach der langen Reise und zwar habe ich heute für euch die Desert Eagle von Panlos, die 67006 und ja ich weiß, es gibt viele Fans von diesen Sachen hier und auch viele Leute, die es eben gar nicht mögen solltest du einer sein, der es nicht mag und hast dich doch auf dieses Video wie auch immer verirrt trotz des Titels und so weiter und so fort, dann könnte das Video trotzdem was für dich sein weil dieses Set hat eine UVP von 14 Euro ungefähr, man bekommt es aus China nochmal ein Stückchen billiger wenn man sich da anstrengt und wir haben hier sehr sehr viele coole Silberteile drin und deshalb könnte es auch was zum Ausschlachten sein, da müssen wir aber natürlich erstmal schauen wie die Qualität von den Teilen ist und das machen wir ja sowieso zusammen, wenn wir dieses Set hier reviewen dementsprechend, wenn es dich interessiert, kannst du trotzdem dranbleiben ansonsten haben wir hier von Panlos eine schöne Klammer gebundene Anleitung haben vorne auf dem Bild nochmal die Desert Eagle abgebildet mit der Setnummer und hinten nochmal die Desert Eagle mit den Funktionen und zwar kann man das Magazin eben rein und raus nehmen dann hat man den Schlitten abgebildet und die Funktion des Schlittens und eben die Schussfunktion mit dem Trigger vom Konzept gefällt mir die Anleitung sehr gut weil hier wird nicht komplett ausgegraut was gebaut wurde sondern es wird nur ein bisschen blasser dargestellt und was neu gebaut wird, wird eben in voller Farbe dargestellt die Farben sind wirklich kräftig und satt und gefallen mir sehr gut in der Anleitung und insgesamt haben wir 26 Seiten und 108 Bauschritte und es gibt da nicht mehr sehr viel dazu zu sagen, bis wir es gebaut haben und dementsprechend baue ich es jetzt und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder und wie immer gibt es am Ende eine Kaufempfehlung oder eben nicht Kaufempfehlung ich wünsche mir immer viel Spaß dabei und fertig ist die Pandas 67006 die Desert Eagle oder wie es Pandas dann auf das Set lieber druckt Death Eagle Pistol ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt hier Death Eagle drauf gedruckt haben und auf die Anleitung Desert Eagle ich meine, wäre ja kein Problem, wenn beides Death Eagle wäre wegen Lizenzen oder so aber wenn ich auf die Anleitung Desert Eagle schreibe und dann hier auf den Stein Death Eagle Pistol drucke ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat falls ihr da mehr wisst als ich ihr könnt mich gerne aufklären aber von Lizenzseiten macht es für mich ja keinen Sinn den Namen in der Anleitung zu benutzen und dann auf dem Set aber nicht ich sag's auch schon mal vorweg auch wenn ich hier trotzdem auf die Konstruktion kurz eingehen werde von dieser Desert Eagle ist dieses Set für mich ein reines Set zum Ausschlachten dafür, dass wir hier so viele Silberteile bekommen und auch ein paar schöne schwarze Teile für einen wirklich fairen Preis in einer guten Teilequalität weil das ist so ein Punkt die Teilequalität ist vom Aussehen und vom Baugefühl wirklich, wirklich gut daran liegt es nicht, dass ich nicht sehr viel Spaß mit dem Set hatte mal davon abgesehen, dass natürlich so eine Klemmbaustein-Waffe in Anführungszeichen nicht für jeden was ist ist diese auch nicht sonderlich gut umgesetzt ich meine, sie sieht gut aus und sieht auch viel, viel cooler aus als die, die ich mal von Kada vorgestellt habe rein theoretisch würde ich diese Steinchen hier auch einfach umdrehen damit wir hier eine komplett silberne Fläche haben und dann kann man das Ding auch in einem Partykeller oder so als Deko aufhängen aber das ist für mich das einzige was dieses Set kann, wenn man es so baut wie es eigentlich von der Anleitung her gedacht ist Punkt 1, was mich stört ist es fühlt sich schon richtig instabil an ich meine, guckt euch das mal alleine an ja jetzt ist sogar noch beim Griff was abgefallen aber generell, das ist halt nicht fest das wackelt hier rum und wobbelt so vor sich hin das ist einfach kein gutes Gefühl ebenfalls hat mir der Baulader überhaupt keinen Spaß gemacht hier ist sehr viel Gefummel dabei was auch nicht wirklich Sinn macht von der Anleitung weil die Anleitung dort einfach sehr unverständlich zeigt was sie von einem will deshalb verbaut man sich auch öfters mal und dieses sehr viel Rumgefummel und zu schauen, wie man das Ganze zusammenbekommt hat nicht unbedingt was damit zu tun dass es eben Technikteile sind sondern, dass hier auch echt manchmal schlechte Bautechniken verwendet werden wir haben hier eine wirklich gute Teilequalität habe ich ja schon erwähnt und auch die Klemmkraft ist wirklich gut und trotzdem sind hier einfach Bautechniken dabei die nicht für diese Klemmkraft ausgelegt sind oft baut man auch Sachen die erstmal noch frei hängen, nachdem man sie gebaut hat und eben nicht fixiert werden direkt mit einem Pin oder Ähnlichem dann baut man noch mehrere Bauschritte weiter ohne dieses frei hängende Teil zu befestigen also wir reden da teilweise über 10 bis 12 Bauschritte wo dann hier irgendwas an einem Pin in der Gegend rumhängt und einfach nur nervt und dann fällt das Teil auch hin und wieder mal ab weil man beim Bau nicht hundertprozentig aufgepasst hat und dann kann man teilweise das ganze Ding wieder vier Bauschritte zurückbauen um es wieder zu fixieren das ist einfach nicht durchdacht und macht dementsprechend auch keinen Spaß abgesehen davon haben wir noch ein großes, großes Grundproblem und zwar funktioniert die ganze Funktion also dass dieser Schlitten hier nach hinten zieht und auch dass man rein theoretisch jetzt die Munition abschießen könnte funktioniert im Normalfall nicht wenn man es genau wie in der Anleitung baut ich möchte jetzt nicht mal unbedingt so groß darauf eingehen denn da gibt es schon ein sehr gutes Video dazu auf YouTube und zwar vom YouTuber Pricks Only und ich habe sein Video gefunden nachdem ich selber meinen Umbau schon gemacht habe das seht ihr auch unsere zwei Umbaumethoden unterscheiden sich ein wenig davon ich zeige euch auch noch die Methode auf die ich gekommen bin ist im Wesentlichen die Hälfte des Umbaus den Pricks Only macht denn ich habe hier wie gesagt eine gute Steinequalität und eine gute Klemmkraft erwischt bei seinem Set was er erwischt hatte war es nochmal ein Stückchen schlechter deshalb musste er noch ein Stückchen mehr verändern ich verlinke euch wie gesagt sein Video auf jeden Fall in der Beschreibung und das könnt ihr euch im Anschluss ja auch gerne nochmal mit anschauen und ihm mal liebe Grüße da lassen weil wäre ich nicht selber auf diesen Umbau gekommen wie ich ihn gemacht habe hätte er mir auf jeden Fall in der Situation sehr weitergeholfen ich habe das Ganze mal aufgemacht um euch kurz zu zeigen worum es dort geht diese Funktion dass das Ganze hier nach hinten verschoben wird ist ja über ein Gummiband gelöst dieses Gummiband wird eigentlich in dem Technikbrick der hier drin sitzt im vordersten Loch befestigt ihr seht schon bei mir ist es jetzt im mittleren Loch befestigt und so hält das Ganze auch wenn es nämlich im vordersten Loch befestigt ist dann ist der Druck von dem Gummiband so hoch dass dieser Technikbrick der hier unten einfach nur auf ein paar Noppen fixiert ist nach oben gedrückt wird und dann drückt es das Ganze so nach oben dass das Ganze so steht und auch die komplette Funktion nicht mehr funktioniert und wir reden da von Häufigkeit dass das nach jedem zweiten Schuss passiert wenn ihr das Video vor dem Bau seht dann ändert es am besten schon beim Bau man kann aber das Ganze auch schon beheben wenn das ganze Set schon gebaut ist wenn euch das interessiert guckt wie gesagt bitte bei dem lieben Bricks Only vorbei da hat sich das auf jeden Fall verdient und am Ende noch drei Kritikpunkte die mir den Spaß am Set wirklich verdorben haben einmal können wir ja hier unten das Magazin rausnehmen für mich gehört es jetzt zum Standard wenn wir diese Funktion haben dass wir die Munition dort reinstellen können und dann das Magazin wieder rein machen ihr seht schon funktioniert nicht das liegt daran dass die Munition so groß ist und nicht in das Magazin passt dass sie oben an dem was wir schon gebaut haben anstößt und damit können wir das Magazin nicht in der Waffe festmachen und die Munition nicht darin transportieren das Ganze hatte bei der Kaderwaffe aber funktioniert und die letzten zwei Sachen die ich zu beanstanden habe zumindest wenn wir es so bauen wie es eigentlich geplant ist ist dass wir einmal die blauen, beigen und roten Pins, Achsen oder ähnliches haben was meines Erachtens einfach nicht gut aussieht ich sage es immer wieder warum macht ihr Alternativhersteller genau dieselben Fehler die Lego macht das worüber sich die Menschen bei Lego aufregen könnt ihr doch besser machen und nicht genauso kopieren damit ihr in so schön Silber teilen und eben auch Schwarzteilen am Ende diese Farbseuche drin habt und es nicht mehr so wirklich gut aussieht und als letzten, wahrscheinlich kleinsten Punkt wir haben ja vorne zwei rote Baurichtungsumkehrer verbaut das sieht auch einfach nicht gut aus ich gehe davon aus, dass es den Sinn und Zweck hat dass es eben sofort als eine Spielzeugwaffe erkannt wird aber sorry Leute ich kann es mir beim besten wenig vorstellen dass das jemand auch ohne die roten Teile für eine echte Waffe hält ich meine okay wenn Menschen in Panik sind kann es bestimmt zu Verwechslungen kommen aber ich weiß nicht, ob auch damit aber wie gesagt, das ist der kleinste Punkt ich muss nicht über diese Baurichtungsumkehrer meckern es gibt genug andere Sachen die ich an diesem Sit kritisiert habe ein anderer positiver Punkt wäre gewesen dass das alles Prints sind das wären aber positive Punkte wenn ich die Waffe an und für sich als gutes Set empfinden würde empfinde ich aber wie gesagt leider nicht dementsprechend retten die Prints das Set leider auch nicht mehr was das Set dann leider auch nicht mehr rettet ist die Schutzfunktion die funktioniert ziemlich gut trotzdem ich würde das so und so ehrlich gesagt nicht meinen Kindern zum Spielen in die Hand drücken das ist denke ich eher ein Set für uns erwachsene Baumeister und deshalb von mir das Fazit wie ihr es wahrscheinlich schon erwartet habt ich kann euch das Ganze empfehlen wenn ihr es ausschlachten wollt weil ihr die Teile cool findet oder mit kleinen Umbauten also diese Steinchen hier umdrehen und die Farbpunkte dort rausholen euch irgendwo als Deko ins Regal stellen wollt oder an eine Wand hängen wollt dann ist das wirklich kein schlechtes Set für alle die das wirklich zum Spielen in Anführungszeichen nutzen wollen ist das auf jeden Fall kein gutes Set dementsprechend Kaufempfehlung als Teilespender oder als Deko für alles andere lasst am besten die Hände davon wenn ihr natürlich dieses Set selber besetzt schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch das Video gefallen hat könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen um in Zukunft nichts mehr zu verpassen schaut wie gesagt gerne in die Beschreibung und bei Bricks Only vorbei für sein Umbauvideo was er gemacht hat von diesem Set denn das ist genau das was ich immer wieder anspreche wir helfen uns in der Klemmbaustein Community am besten selbst ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag haut rein euer Valleybrick und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein paar bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020